Wir wissen, was drin steckt. Sie auch? Wir sorgen dafür, dass die Eier mit dem Qualitätszeichen Südtirol auch tatsächlich von Südtiroler Legehennen stammen und dass die strengen Qualitätskriterien eingehalten werden. Dafür gibt es eine unabhängige Kontrollstelle, die Betriebe und Produkte regelmässig prüft. Die Hennen werden in Freilandhaltung oder biologisch gehalten und pro Henne muss eine Auslauffläche von mindestens 4 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Hormone und Antibiotika im Futtermittel sind verboten. Gentechnisch veränderte Produkte sind nicht zugelassen. Jedes Ei erhält einen Kot aufgestempelt und lässt sich damit bis zum Bauern zurückverfolgen. Die erste Ziffer drückt auch aus, aus welcher Haltung die Eier kommen. 0 steht für biologische Haltung, 1 für Freilandhaltung. Die Eier kommen frisch in den Handel, da sie innerhalb weniger Tage nach dem Liegen sortiert, gekennzeichnet und verpackt werden. Dann sind sie für gut 4 Wochen lagerfähig, am besten bei gleichbleibender Temperatur zwischen 4 und 20 Grad. Wir wissen, was drin steckt. Qualitätszeichen Südtirol. Garantierte Herkunft und geprüfte Qualität. www.südtiroler-eier.com www.südtiroler-eier.com